Hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Mehr Fokus durch Pausen. Das wird ein super, super kurzes Video. Nichtsdestotrotz möchte ich dir dieses Geheimnis nicht vorenthalten. Let's go! Meine Mutter sagte mir einmal, tue das, was du wirklich willst. Hey, ja, viele Menschen haben ja Fokusprobleme. Das heißt, sie lassen sich die ganze Zeit ablenken von rechts, von links, von oben, von unten, vom Telefon, von WhatsApp, von Instagram, von was auch immer und können sich nicht auf diese eine Sache fokussieren. Und ich möchte dir jetzt mal ein paar coole Strategien mitgeben, relativ schnell im Durchmarschablauf, was du tun kannst, um deinen Fokus zu steigern. Also, wie du es gerade vielleicht schon gehört hast, ist der erste Schritt, Entferne mal diese ganzen Dinge, die dich ablenken. Telefon, WhatsApp, Instagram, mach die Push-Ups aus, mach dein Handy auf Loop-Modus, mach vor die Tür ein, bitte nicht stören und, und, und. Also, entferne die Störfaktoren. Das ist der erste wichtige Punkt, um mehr fokussiert zu bleiben. Ein zweiter wichtiger Punkt, den ich dir mitgeben möchte, um mehr fokussiert zu bleiben, ist, dass du regelmäßige Pausen einlegst in deiner Arbeit. Ich möchte dir ein Beispiel geben. Wie ich es zum Beispiel mache, ist, dass ich alle 90, also, bitte, ich mache keinen Timer. Circa alle 90 Minuten mache ich einen kurzen Break, stehe auf, gehe rum, hole mir was zu trinken, mache mir was Kleines zu essen oder was auch immer. Leg mich mal kurz hin, mach irgendwas anderes. Diese Zeit muss nicht 90 Minuten sein. Das kann auch 20 Minuten sein. Das können 30, 40, 50, 60 Minuten sein. Das können auch drei Stunden sein. Nein, fühl da mal in dich rein, was passt denn zu dir? Bist du ein Mensch, der wirklich dann sagt, okay, wenn ich, wenn ich dran sitze, wenn ich fokussiert bin, dann ziehe ich drei Stunden durch, ohne Pause, ohne Wenn und Aber, da bin ich super produktiv. Oder bin ich so schon nach 30 Minuten, 40, 50 Minuten, merke ich schon, wow, die Produktivität lässt nach. Ich brauche fische Luft, ich brauche Wasser. Dann empfehle ich dir da, die Pause zu machen. Also du entscheidest, wo du die Pause machst. Aber eine Pause würde ich dir auf alle Fälle empfehlen, weil wenn du eine Pause machst, von ein paar Minuten, dann wird es so sein, wenn du dich wieder hinsetzt, bist du frisch. Du hast neue Energie, du hast wieder einen neuen Fokus. Weil dein Fokus fängt im Laufe der Zeit an, auch ohne Störfaktoren an, das hier zu machen. Und was wir tun mit der Pause ist, wir schärfen wieder den Fokus. Und dass diese Kombination zwischen Störfaktoren entfernen, Fokus immer wieder neu setzen durch diese Pausen, die du selbst entscheidest, durch diese Intervalle, das sind die zwei Power-Tipps, die ich dir heute mitgeben will, für mehr Fokus bei deiner Arbeit, bei deinen Projekten, für deinen Alltag, für was auch immer, was du tust, spielt überhaupt keine Rolle. Schreib mir mal rein, ob dir Fokus fehlt oder ob dir kein Fokus fehlt, ob du schon sehr fokussiert bist, ob die Tipps dir gefallen haben, lass einen Daumen oben, teile das Video und wir sehen uns im nächsten. Ich freue mich auf dich.